Der erste Teil von Rage überstand entwicklungstechnisch eine aufreibende Odyssee. Angekündigt im Jahr 2007 machte der Quake und Doom-Schöpfer id Software erst mit Electronic Arts gemeinsame Sache, bevor das Spiel zu Bethesda wechselte und schlussendlich im Jahr 2011 erschien. Angestachelt von der langen Wartezeit hatten die Fans hohe Erwartungen, die der postapokalyptische First-Person-Shooter nicht bei jedermann vollends erfüllen konnte. Nun kündigte Bethesda Rage 2 an. Wir konnten bereits einen kleinen Ausschnitt aus dem Shooter anzocken. Wird Rage 2 ein Knaller? Keine Ahnung, aber es wurde viel geballert. Im Vordergrund der Präsentation standen zwei Dinge. Auseinandersetzungen im Auto und zünftige Schusswechsel. Hier kommt die Erfahrung beider Entwicklerstudios zum Einsatz. Während Avalanche Studios aufgrund der Just Cause-Serie ein Händchen mit Fahrzeugen hat, ist id Software gerade für seine Shooter-Vergangenheit bekannt. Hier gab es für Rage 2 viel Feintuning, die die Entwickler verraten haben. Eine feste Erfolgsformel existiere nicht. Es kommt auf das richtige Gefühl an. Wenn ihr mit der Schrotflinte einen Gegner 10 Meter durch einen Raum katapultiert, trotzen die Mundwinkel nicht nur der Schwerkraft. Es wird auch sofort klar, was mit dieser Aussage gemeint ist. In Rage 2 wurmst es gewaltig. Egal, ob ihr die Schrotflinte nutzt, auf das vollautomatische Gewehr zurückgreift oder sogar die Pistole verwendet. Jede gefeuerte Patrone bohrt sich mit mächtig Dampf in den Feind. Dieses befriedigende Gefühl wird durch das tolle Sounddesign verstärkt. Jeder Schuss knallt mit ordentlich Druck aus den Boxen. So geht Gunplay. Unterschiedliche auf Nanotechnologie basierende Spezialfähigkeiten sorgen für ein bisschen Abwechslung. Ihr könnt in die Luft springen und so eine verheerende Nahkampfattacke auslösen, die mehrere Feinde im Umfeld aus den Latschen haut. Oder sie auch einfach richtig fies tacklen. Gerade das Verhalten der KI-Gegner war in Rage ein Alleinstellungsmerkmal. Aufgeweckt und flink auf den Füßen versuchten die Feinde euch das Leben schwer zu machen. Mit Rage 2 möchte id Software und Avalanche Studios die Rage-Formel auf 11 drehen. Ob dieser Plan aufgeht, wird sich erst noch zeigen müssen, denn dafür war der Einblick hinter die Kulissen beim schwedischen Entwicklerstudio leider zu klein. Die spielbare E3-Demo verriet nicht viel außer, dass Schusswaffen in Rage 2 richtig krachen und Feinde zum Teil in brutal spektakulärer Form um die Ecke gebracht werden. Das ist kurzweilig und macht Spaß. Aber ob Rage 2 nach Doom und Wolfenstein der nächste große Shooterwurf wird, muss Bethesda erst noch beweisen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017